Der Klob! Was ist das, Mann? Das ist ein Alien-Mann, glaub mir! Hat sich aber die falsche Gegend ausgesucht! Sowas von falsch! Willkommen London, Motherfucker! Tja, wie's aussieht, habt ihr ne Spezies entdeckt, die noch keiner kennt? Auf jeden! Vielleicht gab's ne Party im Zoo und ein Affe hat nen Fisch gefickt. Seht euch das an, noch mehr! Mehr von was? Von den Viechern! Wunderschönes Feuerwerk! Hey Mann, das ist ne Alien-Invasion! Ja, klar doch! Ich bring sie um, ich bring sie alle um! Los, wir machen die Platz! Nette Jungs, nicht wahr? Das ist was anderes, das sind nicht die gleichen! Die sind dreimal so groß wie das erste! Ahhhh! 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 Weg, weg, weg! Wir müssen von der Straße runter! Ohhhh! Ab in den Block! Welche Aliens würden ne Invasion in so ner Scheiß Gegend starten? Welche, die Stress wollen! Was ist das? Ich scheiß mir fast in die Hose, aber gleichzeitig ist das voll geil! Nur eine SMS geht noch! Wie soll ich den ganzen Müll in eine SMS kriegen? Wir müssen die Polizei rufen! Sie rufen lieber die Ghostbusters Süße! Ich heiß nicht mehr Gavin, ich bin Mayhem und er ist Profs! Und wenn's uns umbringt? Keiner wird dich Mayhem, wenn du dich weiter wie so ne feige Pussy benimmst! Wir verstecken uns in der Grasbude, das ist der sicherste Platz im Block! Was ist denn Runs Grasbude? Ein großer Raum, voll mit Gras! Gehört Run! Hi! Ist es jetzt sicher? Nein? Okay! Viel Glück!